Moin Leute Raftausch und Herzen Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute spielen wir Dead Space, also... Ja, Dead Space und ich hab aufgehört, weil mein Freund... Ähm... Halt weiter... Hast du vergessen? Gelärter. Was macht der Knöchel? Verdammt weh. Aber ich kann... Abstand ab. Mist, das war eine harte Landung. Kein guter Start für eine Reparaturmission. Ein Polzgewehr. Standardverfahren werden jetzt. Wir registrieren sie gefühlt in uns. Hallo? Wo sind die denn? Die Landung hat doch das halbe Schiff gehört. Sei stolz auf dich, Chen. Du hast uns in einem Stück hergebracht. Abgesehen von Johnson. Aber wenn du einen ausgeben willst... Ich könnte einen zur Beruhigung vertragen. Vor allem auf Kosten der CEC. Hast du wen in der Flugsteuerung gesehen? Nein, niemanden. Das ist der Beste. Das ist der Beste. Womp womp. Womp womp. Womp womp. Womp womp. Willkommen, Isaac Clark. Auf der USG Ishimura. Rick, synchronisiert. Erfasse Chinese und Stase Module von... Stellvertretender Chef-Ingenieur Jacob Temple. Standort? Fehler. Mitarbeiter nicht gefunden. Was ist mit der Kommunikation? Jetzt ist er wirklich krank. Es ist nichts vermerkt. Kein Dienstplan. Kein Strom für den Aufzug. Beide Güter. Die Sicherheitskonsole funktioniert noch. Isaac, hol den Schadensbericht. Schluss mit dem Theater. Da ist was auf dem Boden. Ist das... Isaac, her mit den Farnsbericht. Oh Gott, der Gestank. Wie sieht es aus, Isaac? Scheiße. Nicht nur die Kommunikation und die Steuerung. Die Habe-Ishimura ist defekt. Triebwerke, Außenhülle, die Monorails. Was könnte ein Abbauschiff so beschädigen? Okay. Der Strom ist wieder da. Die Belüftung läuft. Der Aufzug sollte auch bald wieder satt haben. Gefährliche Automobilie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Noch eine Fehlfunktion? Nein. Die Quarantäne-Systeme funktionieren. Moment. Hört ihr das? Ja. Ja, ja, ich hör's. Moment? Ganz ruhig. Daniels, wenn ihr auf die Bewerse laufen müsst. Irgendetwas ist mit uns hier drin. Da unten. Oh Gott! 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 Bro! Oh Gott! 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 hey oh mein gott oh mein gott digger na 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 stell dir vor das in vr das crazy die ai todellia Das war's für heute. Ach, leck mich doch. Das war's für heute. Chen ist da... Er ist tot. Ich konnte nichts tun. Was zum Teufel sind diese Dinge? Einige von denen, die ich gesehen habe, trugen Ishimura-Uniformen. Das ist die Crew? Wir können das die Crew sein. Ich mein, sieh sie dir doch an. Wir müssen zur Brücke. Es waren tausend Leute an Bord. Irgendwer wird da sein. Das geht nicht. Die Monorail ist kaputt. Alles abgeriegelt wegen der Quarantäne. Und ihr seid beide Reparatur-Techniker. Wie gehen wir vor? Ein defekter Waggon versperrt den Tunnel. Er blockiert das System. Und es ist eine Platine abgeraucht. Die Abriegelung bleibt aktiv, bis wir das Ersatzteil aus dem Wartungssektor haben. Aber es ist alles in der Quarantäne bei Isaac. Ich mach das schon. Sorg du dafür, dass die Reparatursysteme Strom haben. Oder Isaac. Ja? Ich bin sicher, Nicole geht's gut. Sie ist doch Ärztin. Sie tut das Richtige. Ja. Ja, das tut sie immer. Ich bin bald zurück. Ich habe so Angst, Digga. Ich bin bald zurück. Ich bin bald zurück. Ich bin bald zurück. Ja. Alles klar. Hey, Mann, Digga. Hab ich mich... Ey, das erschreckt mich ganze Zeit, Digga. Alter, erschreckt es mich... Die ganze Zeit erschreckt mich, das Digga. Die ganze Zeit. Ich will den Sound nicht schrecklich leise machen, aber sonst will ich halt nicht bocken. Ich will den Sound nicht schrecklich leise machen. Ich will den Sound nicht schrecklich leise machen, aber ich will den Sound nicht schrecklich leise machen. Ich will den Sound nicht schrecklich leise machen, aber ich will den Sound nicht schrecklich leise machen. Ich weiß nicht, wer da ist. Oh mein Gott Ich hab's gelöst Ich hab's gelöst Ah, Bro! Äh, ernsthaft? Dafür habe ich jetzt 5 oder 6, 4 Minuten gebraucht worden. Oh, ne, ich bin... Bitte wenden Sie sich an einen Reparatur-Techniker. Alle... Rechter Ladehäufer wurde gelöst. Alle in der Eskewenhäu, der taget ja! Alle in Eskewenhäufer wurde gelöst. Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Digga, es ist ja Rotation, ne? Ja. Ich gucke gerade einen schaut, wie man das umgeht. So ein Streamer sagt, man kann das auch ohne Rotation. Kann man nicht. Habe ich auch schon versucht. Ich guck mal jetzt. Ich gucke auch mal, sie sind nicht ganz. Ich gucke Sie. Ich gucke Sie. Ich gucke Sie, wie Sie da unten. Ich mach gleich wieder weiter, das geht viel zu lange.